Und der Brief ist noch nicht gekommen, aber schon gehen die Spekulationen los. Guten Morgen, Frau Wagenricht. Guten Morgen. Wie ist das gemeint, wenn Sie sagen, ein Referendum auch für Deutschland? Ich denke, es ist ein großes Problem, dass wir in Deutschland bisher dieses Mittel nicht haben, auch grundgesetzlich nicht haben, dass die Bevölkerung direkt und unmittelbar über wichtige Fragen ihres Lebens entscheidet. Und ich finde, dazu gehören EU-Verträge, dazu gehören aber auch solche Abkommen wie CETA und TTIP. Die greifen ja unmittelbar in das Leben der Menschen ein. Und ich finde, wir brauchen auch hier ein Recht, dass die Menschen über so etwas abstimmen können. Wobei ich ausdrücklich sage, ich wünsche mir, dass die EU sich neue Verträge gibt, denen man dann auch guten Gewissens zustimmen kann. Also es geht hier nicht um ein Dexit-Referendum, aber das Recht abzustimmen, ich finde, das ist ein legitimes demokratisches Recht. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das klingt jetzt so, als wäre das wunderbar gelaufen in Großbritannien. In Wahrheit ist es aber so, dass nach diesem Referendum das riesige Chaos herrscht. Und zwar nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Europa. Keiner weiß, was er damit machen soll. Also spricht das ja vielleicht doch ein bisschen eher gegen Referenden? Nein, ich finde nicht, dass man jetzt die Wähler in Großbritannien beschimpfen muss oder das Referendum verantwortlich machen muss. Also nicht die Abstimmung der Briten hat die EU in eine Krise gestürzt, sondern diese Abstimmung oder ihr Ergebnis ist Symptom einer Krise, die längst da ist. Und ich finde, es kann jetzt nicht angehen, dass wir Angst haben davor, dass es auch in anderen Ländern Referenten gibt. In den Niederlanden, in Frankreich wird ja auch darüber debattiert. Sondern wir müssen uns doch Gedanken machen, wie die EU sich so verändert, dass sie das Vertrauen zurückgewinnt und dass Referenten eben nicht so ausgehen wie in Großbritannien. Ich denke, das ist die Aufgabe. Und da hätte ich mir auch wirklich gewünscht, auch gerade von den EU-Vertretern, ein bisschen mehr das Signal, wir haben verstanden. Statt diese beleidigte Reaktion, die es dort teilweise gegeben hat, die ich völlig unangemessen finde. Es war die EU selber, die sich seit Jahren so darstellt, dass die Menschen eben in ihr sich nicht mehr wiederfinden und ihre Interessen dort nicht gewahrt sehen. Sagen wir mal so, ein Anteil der Menschen, denn es ist ja nun nicht so gewesen, dass 90 Prozent dafür gestimmt haben. Im Gegenteil, jetzt ist ja die Reue groß, die Charta-Stimmung auch. Aber heute wird ja die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung abgeben. Sie plädiert ja auch dafür, erstmal in Ruhe und Gelassenheit abzuwarten. Was erwarten Sie denn von ihr? Was muss sie sagen aus Ihrer Sicht, damit es vielleicht bei den Leuten dann doch so ankommt, dass man sie ernst nimmt? Ja, ich glaube schon, dass es wichtig wäre, dass gerade auch von der deutschen Regierung, die ja jetzt seit Jahren auch ganz stark dafür steht, dass in Europa vor allem auf Märkte gesetzt wird, dass gespart werden muss, sogar in einer Wirtschaftskrise wie in Spanien, in Portugal wurden den Ländern Spardiktate gemacht, dass es so nicht weitergehen kann. Wir haben eine unglaubliche Jugendarbeitslosigkeit, auch eine hohe Arbeitslosigkeit insgesamt in vielen EU-Ländern. Das ist jahrelang weggeredet worden, ignoriert worden. Und dort muss man jetzt endlich seine Politik verändern, aber nicht nur in einer Regierungserklärung, sondern es muss auch wirklich was passieren. Also zum Beispiel im Euro-Raum bestünde die Chance, statt dass die EZB immer mehr Finanzblasen finanziert mit ihrem Geld, dass endlich öffentliche Investitionen mit EZB-Geld finanziert werden. Und es muss auch überdacht werden, ob wir tatsächlich die Binnenmarktfreiheiten weiterhin zum Selbstzweck erklären oder ob nicht soziale Rechte mindestens einen gleichen Stand bekommen. Es gab mal ein europäisches Sozialmodell als Anspruch der europäischen Gemeinschaft. Das ist völlig ausgegeben worden. Das klingt alles wunderbar. Und auch die Grünen fordern das Ende der Austeritätspolitik. Allerdings sehen das die Regierung ganz offentlich nicht so. Die erste Reaktion war das genaue Gegenteil, dass man sagt, wir brauchen jetzt mehr von dem Gleichen, was wir gemacht haben. Also noch eine stärkere Vertiefung des europäischen Gedankens. Nun der 27. Was glauben Sie, wird denn der Austritt, falls er denn jemals stattfindet, der Briten bewirken? Wird es dann wirklich dieser Anstoß sein oder ist das eher das Gegenteil? Ja, bisher sehe ich tatsächlich nicht, dass bei den Regierenden die Botschaft angekommen ist. Und wer jetzt tatsächlich darauf setzt, noch mehr Demokratie abbau, weil es ist ja keine Vertiefung des europäischen Gedankens, wenn ich mehr Kompetenzen auf einen Brüsselern Machtapparat übertrage, den die Menschen schon als demokratiefern, auch als undurchsichtig empfinden. Wo sie sehen, dass dort vor allem große Unternehmen, große Konzerne, Banken das Sagen haben und nicht ihre Interessen, also die von Arbeitnehmern, die von kleinen Unternehmen dominieren. Also dort noch mehr Kompetenzen hinzuübertragen, noch mehr zu zentralisieren, das ist die falsche Antwort. Und so macht man letztlich Europa kaputt. So wird man Europa nicht vertiefen, sondern letztlich wird es dann zerfallen, fürchte ich. Danke schön, Sarah Wagenknecht, mit Ihren Gedanken zum Brexit und übrigens auch ein Plädoyer für mehr Referenten, interessanterweise. Mal sehen, ob es dazu dann kommen wird.